Nur Leute! Zuschauer wollen ja immer, dass man möglichst viel über sein Privatleben preisgibt. Und ich dachte mir so, okay, es ist mal an der Zeit, mach ich das mal. Und zwar mit Hilfe eines Testes. Und zwar werde ich heute gucken, ist meine Freundin ein Pferd? Scheinbar gibt es einen Test dafür. Wir werden es mal herausfinden. Wie lange schläft deine Freundin in der Nacht? Okay, da ich nicht viel Zeit wegen YouTube immer habe zum Schlafen, aber ohne Wecker 15 Stunden schlafen würde. Ähm, auf jeden Fall über 8 Stunden. Locker. Ich weiß nicht, was jetzt dafür auslösen würde, dass man ein Pferd ist, aber okay, wir nehmen das mal. Äh, 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 würde deine Freundin lieber Zeit draußen oder dringend verbringen? Wie oft gehe ich ungefähr raus in der Woche? So ein halbes Mal, wenn die Zeitung im Briefkasten feststeckt. Ähm, also eher drin. Ich glaube aber, dass wenn man draußen sagt, es doch ganz förderlich wäre, dass die Freundin ein Pferd wird. Aber ich darf ja nicht lügen. Ist deine Freundin eine Katzenperson, eine Hundeperson oder anderes? Etwa eine Pferdeperson? Okay, ich, äh, bin eigentlich ein Hundetyp, weil Katzen sind gehässige Biestler, die immer nur an sich denken und voll arrogant und gemein sind. Äh, deshalb nehmen wir mal Hundeperson. Mag deine Freundin Gemüse, so generell? Nein, nur Pommes. Das ist mein Leben. Nee, also Gemüse ist schon, ist schon okay. Hauptsächlich esse ich natürlich Pferdegemüse, worauf diese Antwort nur hinarbeiten würde. Pff, also wir sagen mal ja. Was für Arten von Handwerkzeugen präferiert deine Freundin? Was? Schneidewerkzeuge? Fahrwerkzeuge? Oder gar nichts? Das sind natürlich die wichtigen Fragen, die hier beantwortet werden müssen. Denn ein gutes Pferd hat immer eine Säge dabei oder ein Messer. Deshalb kann man ganz klar sagen, bei Schneidewerkzeugen, es ist ein Pferd. Ja, also Schneidewerkzeuge sind auf jeden Fall deutlich cooler. Also Schneidewerkzeuge. Wo ist der ideale Ort für ein Date für deine Freundin? Auf einer Farm, auf einer Koppel, am Futternapf. Also Essen ist immer gut eigentlich. Im Einkaufszentrum? Ja. Wir werden immer essen. Essen, jeder mag essen. Vor allen Dingen Hafer und Möhren und Getreide und Stroh. Heu. Ja. Welchen Typ von Maniküre hat deine Freundin? Was hab ich denn? Gar nichts. Gar keine Fingernägel, sehr gut. Also da ich meine Fingernägel jetzt nicht unbedingt anmale und auch nicht zu professionellen Maniküre-Studios gehe. Gar nichts. In einem normalen Monat, wie viel fährt deine Freundin im normalen Transport? Ich glaube, pro Monat. Ja, das ist doch weniger. Komm. Also ich bin auf jeden Fall nicht so viel unterwegs. Was würde jetzt auf ein Pferd ziehen? Ich meine, Pferde sind schnell und reiten weit. Wir nehmen mal das. Welche Social-Media-Netzwerke nutzt deine Freundin hauptsächlich? Eigentlich ja YouTube, wenn das zählt. Aber sonst würde ich sagen, benutze ich Facebook überhaupt nicht. Eigentlich hauptsächlich Twitter. Also folgt mir alle auf Twitter. Tut es endlich. Los. Woo. At Klangern TV. Link ist in der Videobeschreibung. Ja, wir nehmen mal Twitter. Wie würdest du die Handschrift deiner Freundin beschreiben? Sie schreibt nicht mit einem Stift. Okay, ich habe die absolut grauenhafteste Handschrift aller Zeiten. Ich glaube, Sloppy ist nicht gut, oder? Auf keinen Fall romantisch. Boah, ich kann das selber manchmal nicht lesen, was ich schreibe. Wir nehmen mal Sloppy, weil das klingt, als wäre es doof. Wie groß ist deine Freundin? Wie groß ist denn so ein Pferd? Also ich bin 1,80. 1,82 ist ja schon mal relativ nah dran. Nehmen wir einfach mal das. Kann, kommt ja hin ungefähr. Äh, genießt deine Freundin die Entlastung, wenn sie eine Allergie... Äh, was? Von Allergieprodukten? Wie diese drei? Ist das ein Placement? Ja, keine Ahnung. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Was ist das für eine Frage? Sind das Allergieprodukte für Pferde? Das kann sein. Also wenn sie Allergieprodukte für Pferde mag, dann könnte sie ein Pferd sein. Bereitet deine Freundin Essen für sich selbst vor? Nur in der Mikrowelle wäre, glaube ich, eine Antwort, die von Pferden jetzt nicht unbedingt genommen wird. Aber, wenn ich Essen für mich vorbereite, dann eigentlich nur in der Mikrowelle. Deshalb müssen wir leider nehmen, nur in der Mikrowelle. Was fühlt deine Freundin über Zäune? Hm, wie kommt man nur auf so eine Frage? Ich habe jetzt nicht unbedingt ein Problem mit Zäunen, wenn sie einem positiven Zweck dienen. Ich bin dem Ganzen eher neutral gestimmt. Was sind das für Fragen? Wie viele Fragen hat das Ding denn noch? Kaut deine Freundin Kaugummi? Nein, eigentlich kau ich nie Kaugummi. Nee, nee. Welche Zitrusfrüchte bevorzugt deine Freundin? What? Ja, das ist natürlich eine Frage, die sehr wichtig ist und auf jeden Fall erstmal geklärt werden muss. Ja, ich würde sagen, meine Lieblingszitrusfrucht, kann ich jetzt mal öffentlich hier sagen, ist die Orange. Bitte sehr. Was ihr auch immer mit dieser Information anstellt. Was ist die Lieblingsblume deiner Freundin? Okay, ich kenne mich mit Blumen leider komischerweise überhaupt nicht aus. Ich kenne einen Baum. Ich habe einen Bonsai, aber sonst, äh, wenn die mal anderes. Auch wenn ein Bonsai keine Blume ist, äh, der, ja doch, komm. In einem Restaurant bevorzugt deine Freundin einen Tisch oder eine Box oder so, so einen Stall? Ob das vielleicht darauf zielt, ob sie ein Pferd ist? Hm, not allowed in a restaurant. Ich würde sagen, ich esse doch lieber an einem Tisch. Ich bin mehr so der Tischesser. Äh, wie viele Edelsteine besitzt deine Freundin? Was? Wer hat über 500 oder 5000 Edelsteine? Ach, ich habe natürlich hier meinen, meinen ganzen Sack voll Edelsteine da. Den seht ihr jetzt nicht? Da vorne ist er. Da habe ich mir vom ganzen YouTube meine gekauft. Ich würde mal sagen, weniger als 500. Welche Art von Sport präferiert deine Freundin? Ich mag liegen und sitzen. Komisch, dass das hier nicht steht. Äh, wir nehmen mal anderes. Laufen und so gar nicht. Wobei, Weightlifting, das tue ich ja immer. Äh, damit mein Bizeps härter und stärker wird. Ja, wir nehmen mal das. Wie würdest du den Fahrstil deiner Freundin beschreiben? Ja, wie man mich kennt, ich bin natürlich ein sehr ruhiger und gelassener Fahrer. Und, ähm, das war gelogen. Ich bin vielleicht ein bisschen, bisschen nerv. Äh, wie lange geht denn das noch? Es ist immer viel schlimmer, wenn man nicht weiß, wie lange das noch geht. Anstatt wenn man sieht, oh, noch 15 Fragen. Es sind Ferien. Was genießt deine Freundin am meisten? Äh, ich genieße keine Ferien. Ferien sind scheiße. Irgendwas mit Geschenken. Ich präferiere eher anderes. Sowas wie Schlafen und Liegen. Die Wahl zwischen einer Zwiebel und einem Apfel. Was würde deine Freundin eher essen? Hm, was würde ich denn wohl eher essen? Ich glaub, die Zwiebel, damit ich aus dem Mund stinke. Ja, ich nehm dann doch mal den Apfel. Beschreibe die Verwendung von Handy und Tablet, während ihr Filme guckt. Oder Serien. Ja, doch. Ja, doch. Nicht in der Lage, einen Computer oder Handy zu benutzen. Ja, wir sagen mal, wir sagen mal gelegentlich. Das passt, glaube ich. Du betrittst einen coolen Laden. Was ist ihre erste Reaktion? Warum suchen nach Diamanten? Hä? Äh, hier, die das mit Karte klingt vernünftig. Das würde ich, glaub ich, tun. Ja, nehmen wir mal. Wie oft checkt deine Freundin die Nachrichten? Also, ich würde sagen, so einmal am Tag gucke ich ungefähr, was so los ist in den Nachrichten. Nehmen wir mal das. Wie viele Fragen sind das denn? Ich wusste das nicht. Ja, irgendwas, wenn irgendwas passiert, suche ich auf jeden Fall nach Diamanten. Passt schon. Beschreibe den Gebrauch von Emojis deiner Freundin. Hier, Diamanten und her so. Ja. Beschreibe die Haltung deiner Freundin gegenüber Diamanten? Ah. Ich habe gerade nachgeguckt. Gems heißt nicht nur Diamanten und Edelsteine, sondern auch Leckerbissen. Es könnte in irgendeiner Verbindung mit Pferden stehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin dem natürlich positiv gegenüber eingestimmt. Ich mag natürlich auch Leckerbissen. Von daher, ähm, ja, wir nehmen mal das hier. Kann deine Freundin schwimmen? Also, ich kann zumindest schwimmen. Wir nehmen mal ja. Oh Gott, was? Äh, ja, ähm, mein Haar ist kurz und ich sage immer, moin Leute. Das steht dir aber nicht leider zur Auswahl. Warum geht alles immer um Leckerlis? Smell-Test. Ja, ich rieche immer daran. Ich hoffe, der Akku von der Kamera hält so lange. Äh, äh, Standard und, ähm, irgendwas anderes. Was macht deine Freundin als erstes, nachdem sie aufgestanden ist? Nach Leckerli suchen. Natürlich. Präferiert sie das Standard oder das metrische System? Ja, natürlich. Metrisch. Oh, 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 oh. Mein Ergebnis ist fertig. Okay. Es besteht eine 51%ige Wahrscheinlichkeit, dass meine Freundin ein Pferd ist. Ja! Das ist, glaube ich, gut oder so. Ich habe keine Ahnung. Also 51% ist ja quasi genau die Hälfte. Ja, ja, entweder ja oder nein. Keine Ahnung. Ich habe euch mal den Link zu dieser Internetseite in die Beschreibung gepackt. Dann könnt ihr auch gucken, ob eure Freundin ein Pferd ist. Wenn es euch gefallen hat und wenn ich vielleicht öfter solche Tests machen soll, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Und schreibt mal in die Kommentare, was bei euch rausgekommen ist, wie viel Prozent eure Freundin ein Pferd ist. Da unten könnt ihr kostenlos abonnieren. Nicht vergessen, haut da rein. Bis morgen bei einem neuen Video. Tschüss!